Dort drüben, wo die Lichter sind, wo die Musik herkommt, liegt der Park. Dort wird Darko sein und ich kenne das ja und ich werde auch nicht zu ihm hingehen, werde dem ungeschriebenen Gesetz zwischen Vater und Sohn nicht folgen, wonach einer seinen Spaß hat und der andere sich Sorgen macht. Und obwohl ich keine Vorstellung von diesem Sommer habe, nur die fixe Idee, dass ich es anders machen kann als mein Vater, vielleicht, wahrscheinlich, wenn. Und was dieses Wenn ausmachen könnte, werde ich rechtzeitig herausfinden. Davon bin ich in diesem Moment überzeugt. So wie ich lange Zeit überzeugt war, das Richtige zu tun, trotz allem zu wissen, was das Richtige ist. Es ist 21.21 Uhr. Ich starte den Motor, das rhythmische Pling, setzt ein, um sich unermüdlich zu wiederholen, bis ich den Sicherheitsgurt hinter meinem Rücken schließe. All diese wunderbaren Warnsysteme, allesamt können sie viel zu einfach ausgetrickst werden. Ich fahre mit der Zungenspitze über das gummierte Blättchen, klebe die Zigarette zusammen und zünde sie an, muss augenblicklich husten. Wann hat dieser Husten angefangen? Ein Rest Tabak klebt auf meiner Unterlippe, ich spucke aus dem Fenster und lasse es auf Knopfdruck surrend hochfahren. Vor dem Imbiss gegenüber dreht sich die Trommel einer Eismaschine, schleudert rote und grüne Flüssigkeit, frozen Joghurt, der nicht wie Joghurt aussieht. Der Geruch von Frittierfett hängt in der Luft. Ein Mann lehnt im Eingang und raucht, eine schmutzige Schürze ist locker um seine Hüften gebunden, er nickt mir zu. Jetzt rieche ich Kaffee, ich könnte hineingehen und mir einen Becher holen, schwarz ohne Zucker. Dieses Gesicht im Rückspiegel, das bin immer noch ich, eine schlechte Version von mir, mit Schatten unter den Augen, Tränensäcken. Vielleicht hat die Stelle an meinem Hinterkopf, wo das Haar dünn geworden ist, an der die Haut rosa durchschimmert, ihren Radius ein Stück vergrößert. Stille Landnahme des Verfalls unscheinbar noch, wenn man nicht genau hinsieht, ist alles in Ordnung. Ich bin wach, auf eine nervöse Art, habe wohl nicht mehr als die üblichen drei, vier Stunden geschlafen. Das Schlafen lässt sich kaum vom Wachen unterscheiden. Habe ich heute schon gesprochen oder werden meine Gedanken wie jeden Tag nur von analogen Kurzmitteilungen und Nichtgesprächen Einschüben zwischen den üblichen Verkehrsmeldungen unterbrochen. Aus dem Autoradio plätschern Nachrichten von Stau und Umleitungen wegen Demonstrationszügen, Paraden, Kaufhauseröffnungen und Abverkäufen. Menschenansammlungen, die sich träge durch die Stadt schieben, um von gehetzten Einzelnen überholt zu werden. Alle scheinen immer gleichzeitig da draußen zu sein. Wenn sich jetzt noch all jene auf den Weg machen würden, die vom Flimmern ihrer 35-Minuten-Sitcom ruhig gestellt, zu Hause sitzen, wo auf Problem und Verstrickung nahtlos Lösung und Absolution folgen, dazwischen ein Werbeblock und der Weg zum Kühlschrank vielleicht, ein Schokoriegel? Die Hauptdarstellerin ist blond und zwinkert mir zu, es ist einfach, einfacher als du denkst. Sie schlägt die Beine übereinander, das Rascheln ihrer Strümpfe kommt mir vertraut vor, wie das Rauschen zwischen den Kanälen. Du solltest mal wieder raus aus deinem Kopf. Wer hat das kürzlich zu mir gesagt? War das Nico? Ich erinnere mich, dass wir verabredet sind. Ich denke, das war heute. Die Stimme aus dem Autoradio wiederholt mit Verspätungen und Umwegen ist zu rechnen. Die Stimme aus dem Autoradio wiederholt mit Verspätungen